Hi, ich wurde gebeten, über Mallorca, über meine Strandwohnung, noch etwas mehr zu berichten, da das vorige Wohnungsvideo ein bisschen zu kurz gewesen sei. Ich werde dir meine Ferienwohnung ein bisschen genauer vorstellen und noch ein paar Impressionen von Palma de Mallorca allgemein zeigen, hier aus dem verregneten Berlin. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, soweit zu meiner Wohnung. Bis zum nächsten Mal. 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 gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. In dem Sinne macht's gut. Etwas genauer, Romtour, also, wie sagt man auf deutsch? Keine Ahnung, Romtour, also Vorstellung der Wohnung. Rundfunk.